Und wieder willkommen zurück bei Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, mit dem Syri-Dur. Oh, das ist doch schon wieder quiet. Sie haben den heutigen Tagesbonus erhalten. Ah, ich, das finde ich immer am besten. Das ist wie ein Überraschungsei und Schokolade. Ähm, Belohnung. MB-Münzen, naja. Es ist 4 Uhr morgens. Okay, okay. Missionsliste. Eliminieren Sie alle im verlassenen Dorf, die dadurch angesetzten Walker Gears. Jo, können wir machen. Mission accepted. Ah, da, erbandet. Ja. Aber wenn ich Walker Gears zerstören muss, Obwohl, reicht es, wenn ich die Piloten, ne, ich glaube, ich muss das Walker Gears selbst zerstören. Weil das würde ich die Piloten einfach wegsnipern. Ham. Ne, passt auf, dann mache ich es anders. Auch wenn ich die Sniper mag, aber hat er eigentlich auch quiet. Ich mache den mit. Nebenwaffen. Ich muss mal, ich muss mal eine neue Pistole entwickeln, ey. Und mal meinen Arm verbessern. Naja, der Rest passt eigentlich, C4 und so. Begleiter. Uniform, was hat's da denn? Ah, muss ich jetzt noch entwickeln. Einfach mal starten. Kann ruhig morgens sein. Kann gleich Tag werden, ist mir egal. Die Walker Gears. Episode 15. Spuren der Phantome. Spuren der Phantome. Boss. This contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The P.F. of the Tati abandoned village has been supplied with Walker Gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them. Extract them. Whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker Gears supplier. Cypher. Good luck, Boss. Zerstöre sie oder hol sie rein. Toll, hätte ich das gewusst. Ach. Hätte ich mir die Sniper genommen. Hätte ich die Piloten darunter gesnabert, dann hätte die Walker Gears einfach so. Ach, ne, hätte ich halt gewusst. Finde ich auch mal. Ist Quiet dabei? Quiet. Ah, da. Hallo. Komm mit. Komm. Ich glaube, ich verstehe das langsam. Der hat halt ihre festen Positionen, die alte. Singt die? Hm. Der hat mal Musik gehört, glaube ich. Rain? Fun will rise momentarily. Analysis complete. C. Analysis complete. Und der hat B. Fire. Ah. 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 Scheiß auf die Typen. Ich hätte sie zwar rekrutieren können, aber... Das war geil gerade. Pum, ich finde das cool, dass sie so ein grünes Visier hat. Ich sollte die, glaube ich, von der Straße aufwerfen. Du sollst doch nicht die Waffe wechseln, du sollst doch nicht die Waffe wechseln. Genau. Hält mir den Leichen. Wo sind denn hier die Walker Gears? Ich glaube, jetzt können sie nicht mehr sehen. Ich glaube, jetzt können sie nicht mehr sehen. Okay. Okay. Widersprechen. Gibt Sinn. Jetzt fängt sie mal an zu pissen, als müsste man eigentlich mein Blut runter waschen. Hinten ist jetzt. Hinten ist jetzt. Hinten ist jetzt mal ein Pferd. Hinten ist jetzt eigentlich dieses Fulten-Ballon-Ding entwickelt? Okay, ich bin verquallt abgehauen. Wie immer. Wir müssen irgendwo Walker Gears sein. Da sehe ich doch schon wem. Moment mal. Weil ich glaube, wir können doch jetzt schon... Entwicklung. Ich habe da jetzt die Ballons, mit denen ich die Dinger auch holen kann. Supply Drop complete. Please select a drop point. Please specify a project. In acht Minuten habe ich's. Okay. Ähm. 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 Please select a drop point. Ich brauche mich nochmal nach so nahe und dann geht's los. Supply is requested. Supply Drop complete. Die können ruhig in den Alarmzustand gehen. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Armenprothese verbessert. Ah, wie geil. Der ist das? Der muss mich jetzt direkt. Und dann seid ihr. ein paar plakate da ist einer das ist ein lkw von voll das verlassene dorf oh no analysis complete analysis complete analysis complete Untertitelung. BR 2018 Ah cool, so sieht man das dann. Schade, ich wollte ihn eigentlich gerade ausschalten. Schüpfen wir mal hier durch. Clouds approaching. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ging aber richtig in die Hose Die Hose sind in die Hose Ja, 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 ja. Lass uns die anderen, aufhören! Sie sind in der Stärkung! No, nicht! Aufhören! In den Schrauben stoppen! Hit me! Get your ammo! 18! Boah. von wo die alle herkommen ok kwaite hat mir gezeigt wie es geht es Stich! 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 Zich! Untertitelung des ZDF, 2020 Cool, das Ding hat Raketen. Oh, jetzt kann es ja richtig ausrasten. Warum die Walker hier vernichten, Alter, ich nehme das Ding mit. Oh. 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 Kann man diese komischen Überwachungs-Trucks zerstören? Luftabwehrrater versteckt. Cool. Ja, das Problem ist, da ich diese Rambo spiele, kann ich keinen ausfragen und die Fragen, wo die ganzen verfickten Drecks Walker Gears sind. Ich habe auch noch drei Raketen. Ich kann einfach mal so ins Team. Kann eigentlich nur hier oben sein, oder? Vielleicht waren es auch nur die beiden. Ich hoffe, ob ich noch rausholen kann, das Ding. Nee. Vielleicht brauchst du aber nur noch. Ja. Jetzt kann ich es rausholen. Ich muss nur warten, bis das komische Ballon-Ding wiederkommt, der Nach-Abwurf. Ah, okay. 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 Hoffentlich hält der auch für immer. Dann. Nicht, dass ich ihn jetzt immer nachholen muss. Dann kann ich doch mal die fetten Container mit den ganzen Sachen mitnehmen. Geil. Geil. So. Cool. Ich habe es mir doch gedacht, dass es nur die beiden waren. Na? Na, wo kann ich denn den Hubschrauber jetzt holen, wenn ich das Ding zerstört habe? Geil. Geil. Komme ich da jetzt auch hoch? Aber das wusste ich nicht, Mann. Ey, das ist ja geil. Dann kann ich jedes Mal das Ding zerstörern am Ende. Und da geht die dann. Wie kann ich denn hier in der G God? Hallo. Ich bin voller Blut ey, die haben mich auch ganz schön gebumst Nice Mission Okay, bisschen erfolgreich Ich bin mit dem Motabase Mission complete, Boss Boss, wir waren richtig Once you'd eliminated those walker gears, a resupply call was made from Detati to CFA headquarters The CFA then contacted none other than Sainer The CFs have to be offering them something in return We follow the money trail We might just find ourselves on Cypher's doorstep Cut Alter, 2x bei A? Immer bessere Leute, man Immer bessere Leute Untertitelung des ZDF Alles klar, Freunde der Sonne Wir sehen uns beim nächsten Mal Bei Metal Gear Solid 5 Defend the Pain